Aber gut, das ist die eine Sache. Die andere Sache, die wird mehr Leute betreffen, ist halt, dass AVM in der Fritzbox irgendwas hat. Sie sagen noch nicht so genau was, aber der Effekt könnte sein, dass irgendjemand von draußen an eine Fritzbox klopft und deine Zugangsdaten ändert. So mittelmäßig gut. Das Schöne an der Sache ist, dass man halt sieht, dass wenn du nicht irgend so einen ganz seltsamen Router hast, dass sich so ein Hersteller darum kümmern kann, dass Fixes sehr schnell an alle ausgerollt werden. Und solche Sachen können halt passieren. Und ich frage mich an der Stelle dann, wie ist denn das bei solchen Routern, die jetzt auch von AVM sind, die aber irgendwie gemanagt werden von, weiß ich nicht, irgendeinem ISP. Die kriegen das jemals, ja. Aber halt nicht dieses Jahr. Das ist ziemlich gut einfach auch. Es könnte natürlich sein, dass sie da jetzt ein bisschen Gas geben und es ein bisschen schneller ausrollen bei Vodafone und Kabel Deutschland und wie sie sonst so gerade heißen. Aber die sind normal nicht so flott. Ja, also viele von den, von den, ich weiß nicht, wie sie es zurzeit machen. Also ich habe ja hier diese unfassbare Shitbox bekommen. Die da mit dem Red Dot Design, dieses Ding da. Aber schön. Aber schön. Ich erinnere mich an das Design. Die Größe ist immer noch der absurde Faktor. Die Bohrung, die Bohrung für die Wand, dass das halt auch garantiert auch schief hängt. Ja, das ist wirklich lustig. Wir haben genau über dasselbe schon mal geredet. Eigentlich haben wir das wirklich zu Genüge erörtert. Aber jedes Mal, wenn man es wieder sieht, denkt man, du hältst es komisch, weil die Winkel nicht rechtwinklig sind und weil da nichts stimmt. Aber das soll so sein. Du müsstest ja, wenn du das aufhängen wolltest, also nochmal, haben wir auch besprochen, aber da steht ja der Fuß unten raus. Du müsstest ja ein Loch in die Wand machen. Das hängt also so an der Wand. Es ist einfach völlig, auf jeden Fall, für dieses Ding existieren garantiert auch eine Handvoll Exploits, aber es interessiert ja halt keinen. Aber bei den, Hörer schreibt gerade Heiko, dass seine Kabelbox von O2 gestern zeitnah aktualisiert worden ist. Oha, das ist ja spannend. Ja, vielleicht können sie es doch, wenn es ein bisschen ernst wäre, weil das wäre dann schon etwas ein größerer Supportaufwand. Einfach, wenn da mal ein Skriptkiddy sich das Ding so ein Netz vornimmt und einmal durchgeht und alle Fritzboxen ausschaltet, wäre halt schlecht für den Support von O2 oder Vodafone. Aber das klang nach dem, also der AVM hat da, also wollen wir mal gucken, ob sie da noch mehr rauslassen. Aber das klang so ein bisschen nach einem relativ schwierigen Fehler und nach einer richtig schlechten Antwort. Ja, sie warten ab, sie wollen es auch nicht verraten. Ja. Die wollen noch ein bisschen Zeit haben, bis die Auto-Updates anspringen, weil ich glaube, normaler Zustand von der Fritzbox ist, dass Auto-Update aktiv ist. Und ich weiß nicht, wie oft die pollen und dann sich ein Update reinziehen. Meine, die ich zurzeit verwende, die hat das dann am gleichen Tag, als ich die Meldung gesehen habe, hatte das verfügbar und hat es dann installiert. Ja, auch. Der Max Snyder hat gesagt, bei ihm kam es dann einen Tag später für irgendein VDSL-Modell oder so. Und das ist halt, es ist ja schon ab und zu mal vorgekommen, dass durch irgendwelche solche Provider-Netze, durch deren Hardware irgend so ein Viech durchgelaufen ist, irgend so ein Schadsoftware und halt alle Boxen gekillt hat. Das ist halt teuer, nervig, schlecht. Ja, und jetzt wollen wir mal sehen, ob das, ob da eine Vielzahl von den betroffenen Fritzboxen jetzt halt zeitnah gepatcht werden kann. Und wenn das dann doch schief geht oder wenn halt, weiß nicht, Vodafone doch noch irgendwelche Fritzboxen rumfliegen hat und nicht dieses Designstück, ob die da zeitnah dann wirklich den Hebel ziehen. Weil das kann ja auch nicht in deren Interesse sein. Also ich verstehe ja so, ich, also nicht verstehen, das wäre jetzt zu viel gesagt, aber ich verstehe ja aus der Sicht von Vodafone, dass die jetzt nicht zum Spaß alle ihre Fritzboxen bei den Usern updaten ohne Grund, weil da neues Feature für die Decktelefone drauf ist oder so. Das ist ja Vodafone wurscht, ja. Die kümmert ja nur, dass die Kunden bitte schon ihren Betrag jeden Monat zahlen. Korrekt. Das ist ja, okay, aber wenn halt da Supportaufwand draus generiert wird, weil den Leuten die Fritzboxen umfallen oder weil sie halt offline sind und dann anrufen und dann ist die Hotline wieder dicht, das ist ja dann für die auch schlecht. Ja, und im Worst Case müssen die natürlich neue Geräte verschicken, weil du, es ist ja nicht so, als hättest du die Box gekauft von Vodafone und dann ist alles ist dein und das ist dein Problem, sondern du bezahlst die ja für sehr viel Geld jeden Monat und damit hast du sie halt für völlig albernes Geld gemietet. Und wenn irgendwas ist, dann muss Vodafone sie ersetzen und das bedeutet ja im Umkehrschluss, sie müssen mindestens eine neue Box rausschicken, die sie wiederum bezahlen müssen und naja, bedeutet halt aber auch im Umkehrschluss, dass sie möglicherweise die Sachen, die zurückkommen, an irgendwen geben muss und diese Firma ist dann dafür zuständig, diese ganzen Boxen, die ja nur Software gebrickt sind, wieder zu unbricken, um die wieder in irgendeinen Verleihpool zu stecken. Oder sie haben das halt in-house und müssen Leute beschäftigen, die das dann sich drum kümmern. Das heißt, es kostet sie nur Geld, deswegen machst du dann besser doch irgendwas. Ja, sowas ähnliches ist ja zum Beginn vom Ukraine-Krieg irgendwie in Deutschland mit den Satellitenmodems auf den Windrädern in Deutschland passiert. Da gab es vielleicht einen Zusammenhang, vielleicht auch nicht. Auf jeden Fall mussten die halt auf jedes Windrad, was mit so einem Satellitenmodem ausgestattet war, einen Schorsch hochschicken mit einem neuen Modem. Das war jetzt schon auch blöd und so und so ein Windrad, wenn das nicht mehr verbunden ist, dann versucht es weiterhin nicht auseinander zu fliegen, aber man weiß ja nicht. Und im Grunde muss man dann halt alles, was hinter diesem Modem ist, auch austauschen, aber haben sie wahrscheinlich nicht, weil so ein Windrad ist ja dann doch ein komplexeres. Die sind super gefährlich, schrecklich, man muss da sehr weit weg sein von Sarkasmus hier übrigens, falls es Niki mal nicht mitbekommen hat. Bitte mehr Windräder bauen. Nun gut, wenn ihr eine Fritzbox habt und sie updaten könntet, dann tut das vielleicht mal bald. Und das Interface ist jetzt auch hübscher. Ich weiß nicht, ob ich da ein paar übersprungen habe, aber mein Interface sieht jetzt auch irgendwie ein bisschen hübscher aus. Also nicht vom Inhalt gleich, aber es ist ein neues CSS drauf. Es sieht weniger furchtbar aus. Ja, die haben halt sich mal wahrscheinlich festgestellt, guck mal, es ist jetzt doch 2023. So flacher und solche Geschichten ist einfach offensichtlich ein Ding und so machen sie. Ich glaube seit letztem oder vorletztem Jahr tatsächlich schon. Ich meine, hast du die LTE-Box, die ich dir mal mitgegeben habe, mal gestartet? Die hat ein Interface, du? Ja, ich erinnere mich. Ähnlich sah ja mal das Interface von der 7590, die ich hatte auch aus. Ist nicht schön. Muss man nicht haben. Ja, nee. Okay.